Ich werde dich darauf ansprechen, sag ich, Geraldine, ich hab mich entschlossen, ich will Schauspieler werden. Ich muss Schauspieler werden. Das ist meine einzige Hoffnung. Ich hab sonst nichts anderes zu verlieren, sag mal. Ich bin jetzt vier Jahre auf der Straße, hab vier Jahre keinen Job gehabt. Ich schaff das. Ich träum wieder zu viel, ne? Ich kriege doch meine Traumfläche. Ich werde überhaupt träumen. Aber wenn das klappen sollte, ich muss auch dann BAföG beantragen, Wohnungen, dies, jenes. Ich weiß nicht, wie das alles geht, ey. Aber wenn ich hier bleibe, kannst du vergessen. Hier, ich lebe hier schon seit 21 Jahren. Ich bin hier eins. Ich bin mit eins und bin doch immer in diesem scheiß Viertel. Ich muss raus von hier. Aber trotzdem, es ist das schönste Viertel. Es war so anyway. Du Leipf, ich wir, ich wir, ich wir jetzt sowas. ich allgemein jemandem das so schnell, aber nein, ich muss nicht PlayStation oder Berlin Lib Diosipsen machen. weil es nicht so schnell Independentsch monster Alfalförшееuersel ist doch im Hinblick, Ich machst was auch mal ein, denn dann wurde das so schnell viel PRGD will er. und Traffic Theater oder S adoption ist worden?